Der Biber. Zwei Jungtiere messen ihre Kräfte. Bei Bibern dreht sich fast alles ums Holz, ob über- oder unter Wasser. Sie fressen die Rinde, bauen daraus ihre Dämme und Burgen, selbst die Kinderstube polstern sie mit Hölzern aus. Sechs Junge. Für europäische Biber eine stattliche Zahl. Meist werden nur drei bis vier geboren. Biber sind in der Lage, je nach Nahrungsangebot ihre Wurfgröße zu regulieren. Die Jüngsten, gerade mal 14 Tage alt, sind vom Hunger geplagt. Da gibt es schnell Streit um die besten Plätze an der Nahrungsquelle.